Herzlich willkommen zu diesem Lernvideo zu den komplexen Zahlen. Wir besprechen heute gemeinsam das Thema der Erweiterung der Zahlenbereiche. Wir werden uns gemeinsam anschauen, wie diese Zahlenbereiche miteinander verbunden sind, beziehungsweise warum es nötig gewesen ist, einzelne Zahlenbereiche zu erweitern und welche Rolle dabei die komplexen Zahlen spielen. Zunächst habe ich dir einen kleinen Überblick aufbereitet, bei dem ich dir zeigen möchte, was du bereits können solltest und welche Ziele wir in diesem Video gemeinsam erarbeiten. Was sollst du bereits wissen? Voraussetzung für dieses Lernvideo ist das Lösen von Gleichungen. Das heißt, dass du Gleichungen mit Hilfe von Äquivalenzumformungen lösen kannst. Ein weiterer wichtiger Punkt, den du bereits können solltest, ist, dass du Zahlen den verschiedenen Zahlenbereichen zuordnen kannst. Das heißt beispielsweise, dass du weißt, dass 3 eine natürliche Zahl ist oder 3 Viertel eine rationale Zahl ist. Welche Ziele werden wir gemeinsam erarbeiten? Ganz wichtig ist es mir, dass du nach dem Video verstehst, warum die Erweiterung von einem Zahlenbereich zu einem anderen nötig ist, beziehungsweise warum durch Lösungen von Gleichungen größere Zahlenbereiche gebildet werden müssen. Das heißt, wir gehen von Gleichungen aus und erkennen, dass Lösungen von diesen Gleichungen nicht in einem Zahlenbereich vorhanden sind, den wir bereits kennen. Deswegen brauchen wir einen größeren Zahlenbereich. Ein weiteres wichtiges Ziel von uns beiden ist es, dass du auch argumentieren kannst, warum nicht alle Gleichungen über den reellen Zahlen lösbar sind und dementsprechend ein größerer Zahlenbereich der komplexen Zahlen nötig ist. Zu Beginn schauen wir uns die Erweiterung der natürlichen Zahlen zu den ganzen Zahlen an. Die natürlichen Zahlen sind die ersten Zahlen, mit denen du in Kontakt kommst. Meistens in der Volksschule. Dort lernst du die natürlichen Zahlen bereits in der zweiten Klasse schon kennen. Bei den natürlichen Zahlen gibt es die Möglichkeit, dass wir addieren, aber auch subtrahieren. Das Problem ist aber, dass nicht jede Subtraktion auch eine natürliche Zahl wiederum liefert. Deswegen müssen wir den Zahlenbereich n erweitern. Wir gehen dabei von der Gleichung x plus 4 ist gleich 0 aus. Das ist eine beliebige Gleichung jetzt. Und diese Gleichung versuchen wir jetzt zu lösen. Das machen wir gemeinsam. Wir beginnen, indem wir die Gleichung anschreiben. x plus 4 ist gleich 0. Und lösen diese Gleichung mit Hilfe von Äquivalenzumformungen. Das heißt, wir subtrahieren auf beiden Seiten plus 4. Dann bekomme ich auf der linken Seite nur mein x und auf der rechten Seite 0 minus 4 und das ist minus 4. Minus 4 ist jetzt eine Zahl, die nicht in der natürlichen Zahl mehr vorhanden ist. Minus 4 müssen wir daher in unseren größeren Zahlenbereich aufnehmen. Das heißt, wir führen als Lösung jetzt eine neue Zahl ein, und zwar die minus 4, die Teil einer größeren Menge sein soll. Und diese größere Menge umfasst dann alle positiven Zahlen, das sind bereits die natürlichen Zahlen, als auch alle negativen Zahlen. Das heißt, wir erweitern unseren bereits bekannten Zahlenbereich n, die natürlichen Zahlen, durch alle negativen Zahlen und bekommen so die ganzen Zahlen. Das heißt, die ganzen Zahlen bestehen dann aus allen Zahlen, die so angeschrieben werden können. Punkt, 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 minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 und so weiter. Das heißt, die ganzen Zahlen bestehen jetzt aus allen positiven Zahlen, das sind die natürlichen Zahlen, allen negativen Zahlen, die haben wir zu natürlichen Zahlen jetzt ergänzt, und zusätzlich auch einer Zahl, die weder positiv noch negativ ist, das ist die 0. Das Problem, das wir über den ganzen Zahlen aber haben, ist, dass nicht jede Division in z durchführbar ist. Es gibt Divisionen, die in z durchführbar sind, wie beispielsweise 4 durch 2, das ist 2, aber beispielsweise die Zahl 3 durch 4, oder 3 Viertel, die ist nicht mehr in z vorhanden. Deswegen brauchen wir eine Erweiterung von z. Und wir erweitern daher z um bestimmte Zahlen, sodass wir zu q kommen, zu den rationalen Zahlen. Dabei gehen wir wiederum von einer Gleichung aus, und zwar von der Gleichung 3x ist gleich 1. Wenn wir diese Gleichung jetzt gemeinsam wieder lösen, dann sehen wir, dass die Lösung dieser Gleichung nicht in z vorhanden ist. Probieren wir das einmal gemeinsam. Wenn ich jetzt die Gleichung anschreibe, 3x ist gleich 1, dann löse ich diese Gleichung durch Äquivalenzumformung, indem ich durch 3 dividiere. Dann bekomme ich auf der linken Seite x, und auf der rechten Seite bekomme ich 1 durch 3, oder ein Drittel. Das heißt, ich muss jetzt meine ganzen Zahlen erweitern, um alle Bruch- bzw. Dezimalzahlen, die noch keine ganzen Zahlen sind. Das heißt, wir führen jetzt als neue Zahl ein Drittel ein. Das ist keine ganze Zahl, sondern das ist eine Bruchzahl bzw. eine Dezimalzahl, 0,33 periodisch, die keine ganze Zahl ist. Das heißt, wir erweitern den ganzen Zahlenbereich um alle Bruchzahlen und erhalten damit die rationalen Zahlen. Die rationalen Zahlen können wir damit auch als Menge anschreiben, und zwar als Menge aller Brüche A durch B, wobei A und B ganze Zahlen sind, und der Nenner B ungleich 0 sein muss. Das heißt, die rationalen Zahlen setzen sich aus allen ganzen Zahlen zusammen und noch zusätzlich aus allen Brüchen, Dezimalzahlen oder periodischen Zahlen, die noch keine ganzen Zahlen sind. Das ist 3 Viertel oder 0,6 periodisch oder 111 Dreiundvierzigstel. Alle Brüche, die noch keine ganzen Zahlen sind, kommen jetzt bei dieser Erweiterung dazu. Das Problem, das wir jetzt über Q aber immer noch haben, ist, dass ich noch keine Wurzeln ziehen kann. Ich kann beispielsweise schon die Wurzel aus 4 ziehen, das ist 2, das ist eine rationale Zahl, sogar eine natürliche Zahl, aber was mache ich jetzt mit der Wurzel aus 2 oder mit der Wurzel aus 6? Das sind keine rationalen Zahlen. Deswegen müssen wir den Bereich der rationalen Zahlen erweitern um weitere Zahlen, und zwar sind das auch wieder unendlich viele Zahlen. Dann kommen wir zum Bereich der reellen Zahlen. Hier schauen wir uns wiederum eine Gleichung an, und zwar die Gleichung x² ist gleich 2. Wenn wir diese Gleichung jetzt gemeinsam lösen, dann sehen wir, dass diese erhaltene Lösung keine rationale Zahl ist, also keine Zahl, die in der Nachkommentwicklung periodisch wird, also keine Dezimalzahl ist, und auch nicht als Bruch dargestellt werden kann. Wir schreiben diese Gleichung wiederum an. x² ist gleich 2. Um diese Gleichung jetzt zu lösen, müssen wir die Wurzel ziehen, auf der rechten und auf der linken Seite. Wenn ich auf der linken Seite die Wurzel ziehe, dann sehe ich, dass das Quadrat genau die Gegenoperation zum Wurzel ziehen ist, also sich diese beiden Operationen gegenseitig aufheben, und übrig bleibt x. Auf der rechten Seite bekomme ich dann die Wurzel aus 2. Es gibt aber zwei Lösungen, und zwar plus und minus die Wurzel aus 2, denn plus die Wurzel aus 2 zum Quadrat ist 2, und auch minus die Wurzel aus 2 zum Quadrat ist auch 2, denn minus Wurzel aus 2 mal minus Wurzel aus 2 ist Wurzel aus 2 zum Quadrat, und das ist 2. Also bekommt diese Gleichung zwei Lösungen, und zwar plus die Wurzel aus 2, und minus die Wurzel aus 2. Damit können wir eine weitere Zahl einführen, die noch nicht Teil der rationalen Zahlen ist, und zwar ist es jetzt die Zahl Wurzel aus 2. Die Zahl Wurzel aus 2 ist keine Bruchzahl, und hat auch in der Nachkommenentwicklung keine auftretende Periode. Das heißt, wir haben jetzt den rationalen Zahlenbereich um bestimmte Zahlen erweitert, wie Wurzel aus 2, Wurzel aus 3, und diese Zahlen nennen wir die irrationalen Zahlen. Das heißt, wir erweitern den Zahlenbereich Q um die irrationalen Zahlen I, das sind jetzt alle Zahlen, die nicht als Sprüche dargestellt werden können, und erhalten damit einen großen Bereich, und zwar den Bereich der realen Zahlen R. Zu den irrationalen Zahlen gehören beispielsweise Zahlen wie Pi, das ist 3,1415, oder auch die Wurzel aus 2, das ist 1,41. Wenn man hier sich die Nachkommenentwicklung ansieht, dann erkennt man keine auftretende Periode. Also sind die Sprüche darstellbar, und damit nicht Teil der rationalen Zahlen. Das heißt, die rationalen Zahlen und die irrationalen Zahlen ergeben gemeinsam den realen Zahlenbereich, schließen sich aber eigentlich gegenseitig aus. Alle diese Zahlen sind auf der realen Zahlengerade darstellbar, und der reale Zahlenbereich umfasst unendlich viele Zahlen. Es gibt auf der realen Zahlengeraden keine Lücke. In jedem Bereich, in jedem Punkt gibt es eine reale Zahl. Die realen Zahlen haben das Problem, das aber keine Wurzel aus negativen Zahlen möglich ist. Wenn wir uns dann eine nächste Erweiterung anschauen, dann erweitern wir den realen Zahlenbereich zu weiteren Zahlen, und zwar zu Zahlenbereich C. Dieser Zahlenbereich C kommt eigentlich zustande durch die folgende Gleichung, die wir bereits aus dem Einleitungsvideo kennen, und zwar durch die Gleichung x² plus 1 ist gleich 0. Wenn wir diese Gleichung umformen mit minus 1, dann erhalten wir x² ist gleich minus 1. Diese Gleichung sagt jetzt uns aus, dass es eine Zahl gibt, x, deren Quadrat negativ ist, minus 1 ist. Eine solche Zahl gibt es eigentlich über den realen Zahlen nicht, da jede Zahl im Quadrat positiv sein muss, beziehungsweise auch 0 sein kann, wenn x selbst 0 ist, aber niemals minus 1. Und wir sollen jetzt erklären, in unserer Aufgabe am Arbeitsblatt, warum die Gleichung x² gleich minus 1 in den realen Zahlen R keine Lösung besitzt. Dazu schauen wir uns diese Gleichung noch einmal an, vor allem die linke Seite. Wenn wir jetzt ein Quadrat haben, x², dann können wir dieses Quadrat auch als Multiplikation von x mit sich selbst anschreiben. x mal x. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn x positiv ist, also ein Plus als Vorzeichen besitzt, dann besitzt dieses x auch ein Plus als Vorzeichen. Wenn wir uns das Ergebnis dann anschauen, plus mal plus ergibt als Ergebnis wiederum plus, ist also positiv. Das heißt, größer 0. Betrachten den anderen Fall, wenn das x negativ ist, also ein Minus als Vorzeichen besitzt, dann besitzt dieses x auch ein Minus. Als Ergebnis folgt dann, dass x minus mal minus aber wieder plus ergibt, also auch positiv ist. Das heißt, in beiden Fällen erhalten wir stets eine positive Zahl. oder wenn x gleich 0 ist, dann kann auch sein, dass x Quadrat gleich 0 ist. Das heißt, in diesem Fall gilt, dass x mal x in diesem Fall größer 0 ist oder x mal x ist gleich 0 falls x gleich 0 ist. Aber in beiden Fällen gilt, dass x niemals negativ, x Quadrat niemals negativ werden kann. Also können wir schlussendlich folgern, dass x Quadrat ungleich minus 1 in R sein muss. Es gibt kein Quadrat in R, das negativ ist. Deshalb müssen wir den reellen Zahlenbereich erweitern um bestimmte Zahlen, deren Quadrat auch negativ ist. und diese Zahlen nennen wir dann die komplexen Zahlen und eine der wichtigsten komplexen Zahlen ist die imaginäre Einheit i, deren Quadrat genau minus 1 ist. Die komplexen Zahlen und die imaginäre Einheit schauen wir uns im nächsten Video an.